Hallo, ich habe einen super Tipp für euch, wenn ihr trockene Haut habt, die schon die ersten Falten zeigt. Dann könnt ihr Pfeiber Tages- und Nachtcreme benutzen von Schutzengelein. Die Pfeiber Tagescreme eignet sich auch sehr gut als Make-up Unterlage, weil sie nicht so fettig ist. Und die Pfeiber Nachtcreme ist etwas reichhaltiger. Dazu könnt ihr Pfeiber 11 als Faltenfüller benutzen, denn da geht ihr sehr sparsam damit um, weil ihr nur auf die Falten drauf tupfen müsst. Ich benutze das jetzt schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr könnt das bestellen bei www.schutzengelein.de, das seht ihr auch unten in der Leiste stehen. Vielen Dank.